In diesem Video erkläre ich eines meiner Kernfeatures, die Listenverwaltung. Hier kannst du frei definierbare Listen für deine Druckerflotte erstellen, um sie zum Beispiel nach Standorten, Abteilungen oder Filialen zu ordnen. So siehst du auf einen Blick die Anzahl der Geräte, wie viele Geräte ausgelesen werden und welche nicht, die Störungen und die Gesamtstatistik. Mit einer Liste kannst du dir noch schneller einen Überblick über deine Geräteflotte verschaffen. Ich befinde mich auf dem Dashboard und klicke in der Menüleiste auf Listen. Unter Vordefinierte Listen findest du standardmäßig eine Liste mit allen Geräten. Um eine eigene Liste zu erstellen, klicke ich auf den grünen Button Neue Liste. Jetzt vergebe ich einen Namen für meine neue Liste. Ich nenne sie zum Beispiel Finanzbuchhaltung. Unter Kurzbeschreibung kannst du optional weitere Informationen hinzufügen. Im nächsten Schritt wählst du nun die Drucker für deine Liste aus. Wie du siehst, kann ich hier unabhängig vom Gerätehersteller Drucker zusammenstellen. Mit dem Button Weiter geht es zum letzten Schritt. Hier kannst du zusätzliche Informationen zuordnen. Diese Informationen werden beim Klicken auf Speichern für alle Drucker in dieser Liste übernommen. Unter Bestellung und Lieferung hast du unter anderem die Option, automatisch neue Tonerkartuschen oder Ersatzteile liefern zu lassen. Jetzt kannst du unter Allgemeine Information weitere Details hinzufügen und nach Bedarf zusätzliche Felder anlegen. Ich möchte zum Beispiel eine komplett neue Kategorie für die Gerätenummern hinzufügen. Dazu erstelle ich zwei Felder für Seriennummer und Inventarnummer. Wenn du fertig bist, klicke auf Speichern und die neue Liste ist angelegt. Wenn dir das Video gefällt, dann Daumen hoch, bei Fragen und Anregungen einfach einen Kommentar da lassen. Und wenn du die brandheißen News zu meinen Features und Tutorials nicht verpassen willst, kannst du einfach meinen Kanal abonnieren. Bis dahin, mach's gut und vor allem mit Karl. Nicht mehr nero, mach's gut und vor allem mit Karl. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.